Was nicht so bekannt ist oder wo vielleicht auch Irrglauben ist, ich glaube, was sollten wir wissen, der Verdauungstrakt braucht eine hohe Diversität, also ganz viele verschiedene Bakterien, Viren, Pilzen im Darm, damit er gut funktioniert, damit die Darmbarriere funktioniert und damit sollte man einfach sich vielseitig ernähren. Das ist eigentlich das Wichtigste.